Die Handballenauflage bei der Tastatur, bei der K95, ist halt richtig geil, weil die verschraubt ist. Also du kannst die nur reinklicken, nur da kannst du auch mit zwei Schrauben richtig festmachen, dass es wirklich eine Einheit ist und nichts schlappert. Das wäre perfekt für mich, weil bei mir gehen die immer kaputt, diese Handballenauflage. Ne, das habe ich auch, da macht sie mal Knack und das war's. Ist bei der nicht. Und die Handballenauflage ist gummiert, also die ist richtig schön. Okay, nice, ja. Und bei der Maus, bei der M65 ist es auch geil, seitlich, das Plastik ist rau, dass du richtig perfekten Crip hast und obendrauf ist wie so eine Gummierung, aber das ist keine richtige Gummierung, die sich durch Schweiß ablöst, sondern das ist nochmal eine andere Gummierung, bei der, die so resistent ist. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Also du hast für links und rechts, wenn du schiebst, die Maus richtig roh, für gute Halt in der Hand und für oben Bequemlichkeit hast du die linke und die rechte Maustaste wie so Gummierung. Das ist geil. Und was auch noch richtig fett ist, das Mausrad ist auch Aluminium. Das müsste aber bei der G700 auch sein. Ja, das ist auch mittlerweile so. Die haben ja auch die G700, also die S-Reihe, die haben ja komplett ihr Repertoire alles überarbeitet, auch die alten Mäuse und haben einfach überall ein S dran gehängt und haben ja überall neue Materialien und sowas verwendet. Und bei der G700S ist es jetzt auch so, wie du gesagt hast, eben, die haben an den Seiten so raue Oberfläche gemacht, dass du eben einen besseren Crip hast und oben auf der Maus direkt ist zwar auch so wie so ein geriffeltes, das ist kein Gummi, das, ja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das so geriffeltes, weißt du, dass du nicht unbedingt wegrutscht, aber trotzdem noch weich drüber fahren kannst. Das finde ich eigentlich auch ziemlich nice, deswegen habe ich da halt auch zugeschlagen. Ich war auch am überlegen, ob ich jetzt wieder Logitech nehme. Damals die 700S war ja am überlegen, da habe ich gesagt, aber scheiße, du brauchst eh eine neue Tastatur und du willst unbedingt eine mechanische mal haben. Logitech hat ja auch eine mechanische. Ja, ja, die Ding, aber wie gesagt, ich wollte aber auch eine, wo nicht mehr so Plastikgehäuse ist, sondern wirklich mal Qualität. Mein Logitech ist gute Qualität, das ist gar kein Thema. Wird auch ein paar Sachen, was auch wenige Leute wissen, für Raumfahrt benutzt. Ja. Gerade was Joystick und denen ihre Steuerung ist mit denen Lager. Das sind die Schweizer einfach Welten voraus. Ja, klar. Aber da muss man sagen, da hat Corsair gut mitgehalten bis jetzt, weil die Tastatur ist einfach nur hammergeil. Du drückst die Tasten noch nicht mal richtig, da wird der Befehl einfach rausgeführt. Also der verschluckt keine Befehle. Eben durch die mechanisch, durch die Scherri-Technik. Ach, scheiße. Deswegen ist aber auch die mechanische, weil früher, habe ich ja gesagt, warum zahlst du 130 Euro für die Tastatur? Es ist dann immer wie bei Logitech Display dabei. Das heißt, ganz einfach. Erstens mal ist die Tastatur voll Aluminium, das Grundgestell. Zweitens ist es die alte Scherri-Technik, das ist mechanisch. Ja, und wirst du Unterschied? Sag ich, Rubberdome hast du das Problem, die funktionieren am Anfang nur gut. Und dann drückst du irgendwann im AW, wunderst dich, ey, warum geht das mal nicht? Sondern nur nach dem zweiten oder dritten Druck. Dann sind die scheiß Matten ausgelutscht. Dann dauern sie wieder, bis sie ein wenig hochkommen. So geht es mir bei meiner... Um den nächsten Befehl anzunehmen. Und das hast du bei einer mechanischen nicht. So geht es mir momentan bei meiner G19, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass sie irgendwie... Genau, deswegen bin ich von meiner... Deswegen bin ich... Deswegen, ich habe damals die erste G15, dann hatte ich die zweite G15, dann hatte ich die G19 und immer aus denselben Gründen habe ich mir wegen der scheiß Rubberdome mir neue Tastaturen kaufen müssen. Und das hast du... Die K95, die hast du ein Leben lang. Weil bis die Scherri-Tastaturen, bis die Mechanik mal kaputt gehen. Ja. Du musst mal gucken, die alten Scherri-Tastaturen, die gibt es ja heute noch. Ja, ja, klar. Die werden schon seit 20, 30 Jahren im Betrieb benutzt. Für eine einzige Tastatur. Ich habe eine von der Schublade liegen. Ja, und das ist dieselbe Technik, die da drinsteckt. Deswegen heißt es ja immer bei den Mechanischen, ob du Scherri-Blau, Scherri-Schwarz, Scherri-Rot drin hast. Die K95 benutzt Scherri-Rot. Das sind halt die Widerstände, wie gut es sich drücken lässt. Ja, mal gucken. Weil den Bildschirm, du hast absolut recht. Ich habe den, glaube ich, seit neuestem benutze ich ihn fürs Teamspeak. Da gibt es für G19 ein Plugin mittlerweile. Ja, aber da funktioniert der 15er Plugin besser. Da hast du zwar schwarz-weiß und nicht so schön Farbe, aber er funktioniert besser. Ja. Das Farbe, da hast du irgendwie einen Zusatzbuch noch gebraucht, wo du noch bezahlen musst und angemeldet und registriert. Und da haben wir gesagt, ne. Ja. Hätten sie es mal nicht so machen können, wie bei der G5. Einfach im Forum runterladen, installieren, gut ist. Gibt es alles nicht mehr. Naja, ich weiß nicht. Ich benutze es auch nicht mehr. Also ich gucke so sehr. Ja, und vor allem dann der Extra-Strom noch, weißt du. Ja. Kann ich in der Steckdosenleiste wieder für den Zweitmonitor nutzen oder so. Absolut. Das hat mich auch so irritiert, dass sie... Ja klar, die braucht mehr Strom, weil die nur ein USB-Haupttum hat. Und was auch richtig geil ist, du hast eine Zange dabei, um die ganzen Knöpfe. Die Tasten, die sind alle hochstehend, ne. Also sie sind nicht im Rahmen ausruhen abgeschottet, wie bei den meisten Tastaturen, dass es nur ein bisschen rauskommt, sondern die gucken komplett raus. Ja. Das Geile, der Nachteil ist halt, die Tastatur mag vielleicht ein bisschen schneller verdrecken. Ja. Dafür hast du die aber zum Reinigen ganz einfacher als wie bei den anderen. Du ziehst alle Tasten ab, drehst du um, schüttelst es mal, alle Tasten wieder drauf, fertig, das war's. Na. Also es kann nichts zwischen reinfallen, zwischen den Gummimatten, ist dort nicht. Das ist mal richtig gut, das ist richtig geil gemacht, die auch zu reinigen. Oder eben im Staubsauger zwischen rein, stellt es einfach mal rein, fertig. Ich finde den Aufbau so genial von der... Denke ich mir, ja. Das einzigste, was ich enttäuscht war, das ist, was ich enttäuscht war vom Corsair. Ich hatte mal Headset, die 1500, weil Hermann hat ja 2100, äh, 2100, die, äh, Funk. Ja. Ich hatte Kabelversion, die Kabelversion war ganz schlecht. Die war nur höhenlastig. Bass konnte es fast überhaupt nicht richtig wiedergeben. Hermann ist ja von der 2100 da begeistert. Da bin ich mal am überlegen, ob ich bin... Aber ich hab jetzt halt wieder Creative, weil die Headset einfach geil sind. Ja. Äh... Das Headset hab ich schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, hab mir... Ich hab das jetzt nur... Hab mir... Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das war so als Gaming-Headset deklariert von denen selber. Hab mir gedacht, Creative, klar, bestimmt gut, guckst es dir mal an. Hab's mir bestellt, das war so 200 Euro Headset, weißt du? Ähm, hab's mir bestellt, äh, angeschlossen, äh, hörst es mir an und denk mir so... Was? Da klingen ja meine In-Ears besser. Also das war so richtig... Ich weiß nicht, ob das irgendwie kaputt war oder keine Ahnung, aber es klang so richtig grottig. Ja, es gab eine Serie, die war anfällig, die war kaputt, stand auch im Forum drin. Gab so Rückrufaktionen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Ding hieß, es wird aber immer noch angeboten, also... Aber dann die überarbeitete Version wahrscheinlich. Das kann sein, aber so richtig scheiße, ich hab mir echt gedacht... Da hatte ich's G35 noch, ich war bloß zum Probieren, hatte ich mir das geholt und... Ja, hat nicht wirklich... Funktioniert ja toll, vom Teamkameraden. Erledigt. Hab mir das geholt und einfach nur gedacht, alter, what the fuck, das geht ja gar nicht. 200 Euro gezahlt und hab's dann einfach wieder zurückgeschickt, weil das ging gar nicht. Was auch geil wäre, wäre Sennheiser oder AEG. Sennheiser kann ich absolut empfehlen. Hast du? Nein. Ich habe mittlerweile, weil ich absolut audiophil bin, wie man so schön sagt, hab ich mir von Biodynamic einen Kopfhörer geholt, falls du die kennst. Das ist eine deutsche Firma, die für Flug- und Raumfahrt Headsets macht. Oder Kopfhörer auch. Aber auch für den Privatgebrauch halt. Ist da auch Mikrofon mit drin, oder...? Nee, ich hab extra Mikrofon, weil ich aufnehme. Was benutzt du dann noch extra für... Du hast jetzt quasi ein Mikrofon vor deinem... Vor meinem Gesicht stehen, oder? Vor meinem Gesicht stehen, ja. Was hast du denn da für ein Mikro? Weil das klingt gut. Ja, das klingt verdammt gut, dafür, dass es nur 100 Euro kostet. Weil wenn du da manchmal siehst, so die Aufnahmetechnik, was die Scheiße kostet, das ist ein... T-Bone SC450. Was nimmst du denn da auf immer? Videos, YouTube, let's play. Ach so, okay. Vor allen Dingen auch, wir haben zum Beispiel... Wir hatten ja mal ein Clan-War zu viert gegen einen anderen Clan, die auch zu viert angetreten sind. Und solche Geschichten einfach, also... Alle neuen Spiele, die rauskommen und ich mir hole, nehme ich Videos dafür auf und stelle die halt online. Hab... Kaum Abonnenten und... Äh... Wenig Views, aber ich mach das einfach so zum Spaß. Heißt du in YouTube genauso? Äh... Warte, mal gucken. Hab ich zum Beispiel auch mit dem... Patrick, also sprich Virus-Bot, äh... Dead Space 3 zum Beispiel komplett durchgespielt und solche Geschichten. Ja, so langsam komm ich rein. Das macht auch vor eine Weile ganz viel Spaß. Weil es einfach mal ein anderes Team-Desmatch ist, da hast du mehr Movement. Ja. Au, 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 au! Was hältst du von Titanfall? Titanfall... Mh... Man merkt natürlich... COD... Es... Ist irgendwo drin. Ich hab die Beta... Ist ja auch von den... Ist ja auch von den... Ich hab die Beta verpasst. Ja, das mein' ich. Ich, äh... Man merkt einfach, dass COD-Entwickler irgendwo mit drinstecken. Es macht Spaß. Es ist absolut schnell und... Äh... Die Titans geben dem Ganzen auch noch so einen gewissen Kick. Ähm... Wie viele verschiedene Waffen hat man? Äh... Jede... Ich... Keine Ahnung. Du konntest nicht so viele freischalten. Weil es war noch... Ich war ein Schlummgewehr. Hast du immer nur... Siehst du bei dem Video nur ein... Ein... Ein Scharfschützgewehr, immer dasselbe. Eine Maschinenpistole. Aber Pistolen hattest du mehrere. Ja. Aber die haben gesagt, es soll weitaus mehr Sturmgewehre und Maschinenpistolen und alles geben. Genauso warst du eine Beta. Da gab's für jede Klasse eine Waffe. Soll aber mehr geben, angeblich. Ja, angeblich. Weil es wäre nämlich langweilig, wenn es nur eins ist. Irgendwann hast du von die Schnauze voll. Ist einfach so. Äh... Wieder dieselbe Waffe. Du hast es ja fast. Ach scheiße, jetzt sehe ich ja gar nicht, wie viel Muni ich im Magazin habe. Kacke. Ne. Das ist das Schöne. In der Realität siehst du es auch nicht. Da musst du auch ungefähr. Ich weiß es nicht. Aber ich steig... Weißt du... Ja doch, das stimmt nicht ganz. Deswegen sind es ja die Magazine bei den Sturmgewehren mittlerweile aus Plastik und durchsichtig. Ja. Oder bei den... Äh... Blech hast du so... So ein Schlitz. Wo du passieren kannst, genau. Ich habe halt gerade einen Gegner gekillt und weiß sowieso nicht, wie viel Schuss hat diese Waffe im Magazin. Welche benutzen du? Die CZ? Ja. Äh... Genau. Kann man... Warte mal, kann ich dir ganz genau sagen. Kann man nämlich nachgucken. Im Spiel nämlich auch. Die CZ-75 hat... Bei jeder Waffe steht die Kapazität. Warum steht es denn bei der nicht? Was ist denn das denn für ein Scheiß? Schaden? Präzision? Vorher? Nein. Ich würde mal wiederbelebt. Gibt's das? Entweder hast du 10 oder hast 16. Na... 1, 2, 3, 4... 4? Ne, das kann nicht sein. Ich hab 20. 4 Schuss nachladen. Ähm... 5 hab ich bis jetzt verschossen. 7... 8... 8? Kann auch sein. Da kommt drauf an, was für ein Kaliber die nutzt. Dann ist die für mehrere Länder und kann mehrere... Je nachdem, was für ein Lauf drin ist. Also ich hatte gerade 8 Schuss ungefähr. Zum Beispiel Desert Eagle. Desert Eagle gibt es mit 3 verschiedenen Kapazitäten. Ne. Ah, ich bin immer so verleitet, eine Granate zu schmeißen. Ah, der hat nur noch 5 Kill, der da einer. Bitte, ich will Hilfe bei Kill. Ach, der Fick's noch mal. Ist doch. Immer das Gleiche. Also, naja, dafür, dass ich mit der FN 57 spiele, bin ich ganz gut dabei. Die musst du echt mal ausprobieren. Aber weißt du warum? Okay. Also da ist mit BAM BAM weiterrennen ist da nicht. Da musst du wirklich... E20 Schuss machen schon Sinn. Dann werde ich sie mal probieren. Viel Spaß. Ich hab auch am Anfang gedacht, so schlimm kann es doch gar nicht sein, also... Jetzt will mich wieder keiner mehr töten hier. Da musst du richtig schnell klicken. Ah. 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 Ah, nice. Triple kill. Na, die CZ ist schon cool. Gefällt mir. Na, jetzt hat mich endlich einer. BF Pro Gamer. Ja, so nenn ich mich auch mal. Gestern hat einer einen coolen Namen gehabt. Erdinger Uhrweiße. Nice. Dann hatte ich bei... Dann hat... Genau, in World of Warcraft hat die ja mal einen coolen Spieler gehabt. Der hieß Schokoladentankstelle. Hahahaha. Oh je. Oh je. Ich frag mich manchmal, wie die Leute aus solchen Namen kommen, da... Genauso auch... Genauso auch Currywurst mit Pommes und all so'n Scheiß, also es war richtig geil. Oder frisches Bier vorm Fass. Wie bei denen haben wir allerdings reingekriegt, hab ich mir auch gedacht. Es ist net ein wenig lang, aber okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeichen... Äh... Man benutzen darf, kann. Huh? Da lag grad ne Granate? Huh? Ja gut, ich sag mal, wenn Granaten verboten sind, blend und äh... Rauchgranaten darfst du immer benutzen. Ja, wobei blend auch nicht immer. Weil blend macht dir auch ein bisschen Schaden. Wenn du voll getroffen wirst, bist du ja kurzzeitig blind und verlierst, glaub ich, 25 Leben. FN 5-7? FN 5-7, ja. Ja, ne, die CZ hat 12 Schuss. Okay. Anscheinend. Oh, die sieht aber süß aus. Federal Nation, bla bla bla, das ist ne belgische Firma. Belgium. Ähm... Genauso wie die F2000, ist auch von FN. Die Scar wird von FN produziert, wird aber auch in Amerika und in Frankreich hergestellt. Je nachdem für den Einsatzzweck, tust du das entsprechende Land herstellen. Oh Gott! Ähm... Die P90 ist noch von FN. Die P90 auch? Ja, P90 ist dieselbe Munition, die du grad bei der Pistole verwendest. 5,7. Deswegen heißt die Pistole auch 5-5-7. Alter, die ist ja voll übel, die macht ja null Damage. Ja, aber weh, du verschießt die Munition mit der P90, dann geht's ab. Ja. Ja, die schießt ja auch schneller. So, und mit der Pistole spiele ich auch im Normal-Mode. Pistol-only. Da bist du nur noch auf Kopf fixiert. Kopf, 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 Kopf. Lernst das Ziel. Sack. Alter! Nee. Geht der gar nicht. Was meinst, wenn ich mich freu, wenn ich alle Battle Packs mit der ab? Da spiele ich lieber mit der CZ weiter oder Magnum. Selbst Magnum treffe ich besser. Da, da treffe ich irgendwie besser. Mit der Magnum bin ich voll nubig. Mit der Magnum treffe ich gar nichts. Dann will man schon ein Tor. Ich hab letztens die, oh scheiße, wie heißt die? Rex. Ja, die Rex. Da ging ich letztens so ab. Ich hab die Rex einfach reingenommen, weil ich keine Ahnung hatte. Da war gerade das Shortcut für die Pistolen draußen. Habt ihr einfach mal die Rex reingemacht. Rex. Rex ist ein russischer Revolver. Ja. Wird aber eigentlich von denen im Inland nicht benutzt, deswegen heißt sie auch Rex. Mhm. Rex steht für Revolver for Export. Okay. Naja, auf jeden Fall ging ich richtig mit der ab. Ich weiß nicht warum, aber sonst hab ich nie mit der getroffen und Battlefield 4 geht so voll ab. No Shorty, this is a shotgun. Ja. Aber die Shorty ist scheiße, weil du kannst sie mit der anlegen, also du kannst kein Sekundärziel machen. Hm, Granaten sind wohl doch erlaubt, hm? Ich probier's nicht aus, ich hab keinen Bock meine Punkte zu verlieren. Na, gerade eben hat er eine geschmissen. Da muss man auf den geltenden Text achten, ob er gekickt worden ist deswegen oder nicht. Aber wie gesagt, ich würd's nicht riskieren. Meine ganzen Kills dann wieder flöten. Die zählen bei mir nur, wenn die Runde zu Ende ist. Ja, ist klar. So ein... Rieser Camper im Palaya. Campt oben in der Halle auf dem Panzer. Manche campen auch ganz oben auf dem Kran. Hm. Dann ist einer ein Raketenwerfer, die können alle nicht lesen. Die drücken auf jetzt spielen und dann... Mittlerweile hab ich auch rausgefunden, was das Viereck ist oder die 4 Vierecke, die oben am Bildschirmrand ab und zu mal aufblinken. Was für Vierecke? Du siehst doch, äh, quasi, die Anzeige, von wem du gekillt worden bist, ab und zu mal was da aufblinkt. Ja. Beziehungsweise die Weltkugel, den Pokal. Ja. Und da unten drunter blinkt ab und zu mal, äh, in der diagonalen Folge 4 Vierecke übereinander. Ist nicht das der speichert? Nö, das ist Package lost. Ach. Interesting to know. Was soll denn der, was, was soll denn der speichern? Der speichert doch nur am Ende der Runde. Ich hab keine Money mehr. Ah. Wo bist du? Ich geb dir. Ich hab's selber, danke. Na, du bist Versorger, ne? Ja. Hollywood Endlos-Magazin. Das wär bloß grad so aufgefallen, ich wollt nachladen. Geht nicht. Keine Money mehr. Lol. Wir haben uns grad jetzt gegenseitig erschossen. What? Boah, 93 R. Ach komm. 21 zu 24 ist auch in Ordnung. Ja, 22, 25. Dafür, dass ich nur mit der FN zock. Die will ich nämlich eigentlich fertig haben. Puh. Der letzte.